Für die AfD läuft es insgesamt gesehen aktuell nicht gut. Schwindende Mitgliederzahlen, schlechtere Wahlergebnisse, vor allem in Westen Deutschlands und jetzt noch eine Strafzahlung für eine Spendenaffäre in Höhe von 150.000 Euro, die die Partei von der Bundestagsverwaltung verdonnert bekommen hat. Und die zentrale Figur in dieser Spendenaffäre der AfD, keine geringere als die neue AfD-Co-Chefin Alice Weidel und ihr AfD-Kreisverband Bodensee-Kreis. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist zum einen nicht die erste Spendenaffäre der AfD und sie ist darüber hinaus leider komplizierter. Aber dafür seid ihr ja hier, um genau das zu verstehen. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Und falls ihr es neu nicht gemacht habt, checkt gerne mal unseren Podcast Macht Sinn aus. Dort bekommt ihr viele Interviews, die ihr auch hier auf meinem Kanal seht. Auch allerdings ohne Werbung. Die Links dazu unten in der Infobox. Also, wir gehen den Fall in verschiedenen Schritten durch. Erstens, was ist genau passiert? Zweitens, wo sind Parteispenden immer noch intransparent? Und drittens, welche Spenden gehen aktuell noch unter? Und viertens, was hat die Ampel eigentlich aktuell vor, was Spenden betrifft, Parteispenden? Also erstens, was ist eigentlich passiert? Machen wir mal eine kleine Zeitreise. Wir gehen zurück ins Jahr 2018, um genau zu sein in den Februar 2018. Die AfD zog wenige Monate zuvor, im September 2017, zum ersten Mal in den Bundestag ein, mit etwas mehr als 12% bei der Bundestagswahl. Die AfD wurde drittstärkste Partei in Deutschland. Alexander Gauland und Jörg Meuthen sind die beiden Parteibundessprecher, also Chefs. Übrigens, mein Interview mit Jörg Meuthen findet ihr auch nochmal hier oben im I verlinkt. So, und die AfD befindet sich jedenfalls im Aufwind. Millionen von neuen Wählern und Wählerinnen hielt sie aus dem Stand heraus im Prinzip und die Partei erhielt immer größere Summen an Parteispenden. Auch hält die Partei jetzt mehr sogenannte Großspenden, also einzelne Spenden, über 50.000 Euro. Das ist bis heute nicht so viel wie bei anderen Parteien, aber es kommt jetzt immer häufiger vor. Und solche Großspenden müssen im Einzelfall auch dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, Zitat, unverzüglich mitgeteilt werden. Wenn man das macht, ist es auch wichtig, dem Präsidenten zu sagen, von wem diese Spende überhaupt kommt. Und genau diese Spenden, mitsamt Namen und Co., werden dann auch für jeden, also für dich und mich im Internet, veröffentlicht. Seht ihr hier auch mal eingeblendet. Also, hier seht ihr das Ganze dann mal. Da kann man alle Spenden über 50.000 Euro minutiös nachverfolgen. Beispielsweise spendete die Tedi GmbH und Co. KG, kennt ihr bestimmt alle, 100.000 Euro an die FDP 2021 oder auch Ralf Dommermuth 2021 100.000 Euro an die CDU und FDP jeweils. Oder die Autovermietung Sixt unterstützte 2021 die CSU, FDP und Grüne. Und Christian Krawinkel spendete 100.000 Euro an die AfD 2020. Auffällig ist, wie gesagt, wie ich finde, dass die AfD von allen Großparteien seit 2016 am seltensten in dieser Liste der Großspenden auftaucht. Viele Spenden sind auch unter 50.000 Euro, sodass diese nicht hier veröffentlicht werden müssen und dem Bundestag, dem Präsidenten, gemeldet werden müssen. Beratet mir jetzt mal unten in den Kommentaren, wie ihr zur Partei Spenden steht. Sollten die generell verboten werden? Ja oder nein? Nein. Manche sagen ja nein, wir brauchen sie, da es demokratiefördernd ist und wichtig ist, manche sagen ja, verbieten. Zu viele Unternehmen haben zu viel Macht, da sie Millionenbeträge an die Parteien spenden. Eure Meinung ja oder nein? Jetzt mal unten, vielleicht mit einer kleinen Begründung, muss aber nicht sein, in die Kommentare. Aber zurück zur AfD-Story. Denn der Kreisverband Bodensee der AfD, also der Verband von Alice Weidel, hielt eine Spende 2018 in Höhe von 150.000 Euro. Und genau das muss man dem Bundestag, dem Präsidenten des Bundestages angeben, sodass diese Spende mit dem Namen des Spenders eben veröffentlicht werden kann, über 50.000 Euro. Das Geld soll damals auch von einer niederländischen Stiftung gekommen sein. Jetzt gibt es aber ein Problem. Im Frühjahr 2018 gab es nämlich auch Berichte, dass der Verdacht nahesteht, dass das Geld, also die 150.000 Euro, eigentlich nicht von der niederländischen Stiftung kommt, die es überwiesen hat, nee, sondern eigentlich von jemand anderem. Die Stiftung schien also nur ein, ja, Strohmann gewesen zu sein, ein Zwischending. Eine Interpretation oder Meinung dazu wäre, dass die Person, also der Spender, die Spenderin, nicht sich erkenntlich geben wollte, dass es er oder sie ist und deswegen jemand dazwischen geschaltet hat. Das so zu machen, das wäre illegal. Spenden von europäischen Staatsbürgern sind aber grundsätzlich erlaubt, eben nur nicht auf diese Art und Weise. Die Parteien müssen bei solchen Spenden, ja, selbst hingehen und dann aber auch gucken, okay, von wem genau kommt das eigentlich wirklich das Geld? So, nächstes Problem. Die damalige ehrenamtliche Schatzmeisterin der AfD bzw. des Kreisverbandes tat sich schwer, den eigentlichen Absender, den eigentlichen Spender herauszufinden und bemerkte die Spende auch erst einige Tage, nachdem das Geld schon da war und einging. Tja, und 150.000 Euro als Einmalspende in dieser Höhe waren und sind für die AfD eher ungewöhnlich. Für andere Parteien übrigens nicht, also die CDU oder, ja, die anderen größeren Parteien im Bundestag bekommen relativ regelmäßig Spenden, ja, in der sechsstelligen Summe. Auch der Bundesschatzmeister der AfD oder auch die Parteispitze der AfD wurden damals nicht über diesen Betrag informiert und wie gesagt, der Präsident des Bundestages eben auch nicht. Ja, und erst zwei Monate später, im April 2018 circa, entschied sich der Kreisverband, okay, wir sollten das doch mal zurückbeweisen. Aber daraufhin passierte nochmal einen Monat lang nichts. So ging das Geld 1. Mai 2018 zurück an den Absender. Nachdem Ende 2018 dann doch die Parteispitze der AfD davon erfuhr, erstattete man Selbstanzeige. Die Tagesschau schreibt dann dazu, damit löste sie, also die AfD, nach jetzigem Stand nur teilweise das Problem. Statt das Geld in die Niederlande zurückzuschicken, hätte die Partei den Betrag nämlich an die Bundestagsverwaltung weiterleiten müssen. So ist es rechtlich vorgesehen. Die Bundestagsverwaltung wirft der Partei jetzt vor, die Summe, ja, angenommen und auch verwendet zu haben. Und weil man dem Bundestag nicht Bescheid gab, soll die AfD nun eben 150.000 Euro Strafe zahlen. Oder beziehungsweise das Geld jetzt eben der Bundestagsverwaltung geben und weiterleiten, so wie es eigentlich vorgesehen war. Egal, ob man das Geld jetzt noch hat eben oder nicht. Hätte die AfD sich übrigens nicht selbst angezeigt, hätte man circa dreimal so viel zahlen müssen. Es war übrigens nicht der einzige Spendenfall der AfD. Auch aus der Schweiz erhielte Partei in der Vergangenheit ja schon Beträge, meldete dies aber nicht im Bundestag. Und Spenden aus der Schweiz an deutsche Parteien sind illegal. Aber auch andere Arten von Parteispenden sind rechtswidrig. Also was ist eigentlich illegal? Gerade schon gehört, Spenden aus anderen Ländern außerhalb der EU wie der Schweiz sind illegal, wenn sie höher als 1000 Euro sind. Außer es ist Geld eines deutschen oder EU-Staatsbürgers oder eines Unternehmens, dessen, jetzt wird es ein bisschen knifflig, dessen Anteile mehr als 50 Prozent in deutscher oder EU-Hand sind. Und warum gibt es so ein Gesetz? Naja, so will man eben die Einflussnahme von Ländern, Institutionen oder ja auch Personen aus dem EU-Ausland, in welchem es vielleicht keine Demokratie gibt, beziehungsweise von welchen eine Gefahr für die Demokratie innerhalb der EU ausgeht, daran hindern, Parteien hierzulande oder in der EU zu stärken, die die Demokratie unterlaufen könnten. Und Spenden über 500 Euro dürfen in Deutschland grundsätzlich nie anonym sein, zumindest offiziell. Also der Name des Spenders muss bekannt sein und Spenden dürfen auch nicht zweckgebunden sein. Was heißt das? Naja, einfach ausgedrückt heißt es, dass folgendes, also ich spende nur 100.000 Euro an Partei X, wenn Partei X sich für mehr E-Fuels einsetzt, also dass das nicht geht. Ich kann der Partei nicht sagen, mach mit dem Geld XY. So funktioniert das nicht. Und es gibt noch mehr Regeln, wann und wie Parteien Spenden offenlegen müssen. Viele Regeln, die alles irgendwie ja transparenter machen sollen, was ja grundsätzlich gut klingt, aber im System gibt es dann doch einige Lücken. Und diese Lücken machen sich nicht unbedingt bei den großen Beträgen und großen Spenden bemerkbar, sondern eher im kleinen. Deswegen, welche Spenden gehen eigentlich unter? Ja, das Recherche- und Journalismus-Kollektiv, Korrektiv, habt ihr bestimmt schon mal von gehört, schreibt in einem Artikel ihrer Recherchen zu anonymen Parteispenden, zum Beispiel den folgenden Satz. Zitat, das Parteiengesetz lädt tatsächlich zu Missbrauch ein. Und ich habe von vielen von euch gehört, dass euch das Wort tatsächlich als Füllwort stört. Ich versuche mich zu bessern. Aber hier steht es im Zitat drin. Wie dem auch sei, im Fall der AfD-Spenden lässt es sich sogar gegen die Demokratie wenden. Im Fokus der Kritik stehen vor allem Kommunalpolitiker, da die aktuellen Regeln im Zweifelsfall auf Großspenden wie gesagt ausgelegt sind. 2016 zum Beispiel in Regensburg, als die Staatsanwaltschaft mehr als 500.000 Euro an Spendengeldern eines Unternehmens an den damaligen Oberbürgermeister zuordnete. Im Nachhinein. So kam es vor, dass lokale Unternehmen große Beträge gewissen Oberbürgermeisterkandidaten spendeten, indem die Beträge auf verschiedene Einzelpersonen aufgeteilt wurden, die dem Unternehmen nahestehen. Das Unternehmen erhofft sich natürlich eine Bevorzugung bei Bauaufträgen, beispielsweise vom jeweiligen Bürgermeister. Durch die Spenden. Indirekt. Auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist. Aber es wird dann auch nicht gesagt. Naja, aber so werden dann Spenden eben auf Einzelpersonen aufgeteilt. Aber die einzelnen Beträge bleiben dann unter 10.000 Euro. Das sind dann Einzelpersonen wie die Ehefrau, Bruder des Bräutigams oder Schwägerin. Warum unter 10.000 Euro, fragt ihr euch vielleicht? Naja, Spenden ab 10.000 Euro an Parteien müssen im jährlichen Rechenschaftsbericht der Parteien veröffentlicht werden. Da wird dann veröffentlicht, wer was und wie viel genau gespendet hat. Der Unterschied zu den Spenden ab 50.000 Euro ist, dass diese Spenden ab 10.000 Euro nicht sofort veröffentlicht werden, sondern erst eben mit diesem Rechenschaftsbericht einsehbar sind. Und diese Berichte erscheinen erst ungefähr zwei Jahre nach Ende des betreffenden Jahres. Würde ich also hypothetisch, ich sag jetzt mal 10.000 Euro, 10.001 Euro dieses Jahr an Partei X spenden, würde das erst 2024 bekannt werden, da erst dann der Rechenschaftsbericht veröffentlicht wird. Und das macht es gerade im kommunalen Bereich eben einfach, in Anführungszeichen, anonym zu spenden und seine Spenden aufzuteilen, wenn man den Fonds hat, unerkannt zu bleiben, aber trotzdem in großem Stil zu spenden. Kommen wir zu viertens. Was will eigentlich die Ampel machen? Und da hilft ein Blick in den Koalitionsvertrag. Da steht nämlich, dass man die Meldepflicht von Großspenden in Zukunft von, wir erinnern uns, 50.000 Euro, ich hab's oft genug gesagt, auf 35.000 Euro senken will. Und auch die Grenze von 10.000 Euro, wir erinnern uns, die Rechenschaftspflicht, soll auf 7.500 Euro gesenkt werden. Meine Bewertung und Meinung an dieser Stelle ist aber, dass diese Veränderung also lediglich das Problem eigentlich verschiebt. Also Spender, gerade im kommunalen Bereich, die öffentlich unerkannt bleiben möchten und nicht im Rechenschaftsbericht beispielsweise auftauchen wollen oder online auf der Seite des Bundestages erscheinen möchten, spenden dann schlicht und ergreifend knapp unter 7.500 Euro oder knapp unter 35.000 Euro. Also mir erscheint diese Änderung eher als eine Verschiebung des Problems. Und genau dazu hab ich auch das Bundesjustizministerium angefragt. Ich wollte wissen, wie man eigentlich, wann man diese Änderung in Kraft treten lassen möchte und was man genau zu dieser Kritik sagt. Ich habe noch keine Antwort erhalten, aber sobald die da ist, reiche ich dir unten in den Kommentaren dann nach. Jetzt habt ihr, denke ich, mal einen guten Überblick bekommen, was bei der AfD da eigentlich passiert ist. Eure Meinung, wie gesagt, noch unten in die Kommentare. Sollten Parteispenden generell abgeschafft werden? Ja oder nein? Da unten jetzt rein. Und schaut euch noch unbedingt dieses Video hier an. Ist ein anderes Thema, aber über Waldbrände von 1975 und wie damals ungefähr 18.000 Fußballfelder an Wald verbrannt sind und wie die Bundesrepublik danach eigentlich nicht mehr die gleiche war. Schaut da unbedingt mal rein. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.